Willkommen zurück bei Extermination Day Ein bisschen groß machen und das Fenster öffnen und dann wollen wir mal eine Hubs legen So, wir sind jetzt bei der dritten Episode Map 21, wenn ich mich recht einlöre Ah ok Jetzt fangen also so richtig die Levels in der Hölle an Heißt also, es wird jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhiger anfangen und dann wird das wieder ein bisschen schwieriger So, Kopfschuhe sind jetzt richtig eingestellt Lot, Idee, und dann geht's los So, äh, ok So, fängt schon mal gut an Fängt schon mal sehr gut an So, mhm Hä? Oha Warte Warte Oh, ich hab hier fest Warte Das haben wir schon mal gut verkackt So, die rechte Front haben wir schon mal So, die rechte Front haben wir schon mal Boah 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 Alter Ja, ok Okay So, jetzt mal alles einsammeln Ach du, was sie denn jetzt hier Die hab ich ja gar nicht in Erinnerung Nehmen wir das hier Und dann Nein, nein Ah, komm, komm Oh, Scheiße Oh, und jetzt Perfekt Haben wir ihn? Leider auch nicht ganz Oh Mann Geht doch So, wir haben noch 100 Leben von geschätzt 400 Ja Gegrüßt und zusammen Das ist eher schlecht Ok Können wir gebrauchen Nämlich mal vorsichtshalber Miet Da Da Na, kommt, komm, komm Komm Halli So Ähm, ja Hier Mal wieder Ich kann mal wieder Oh, ich kann mal wieder Ich kann mal wieder Guck Guck Hallo, das ist hier gerade Erste Hürde schon mal bestanden sind. Dann kommt jetzt unser erster verzweifelter Speichervorgang. Und einmal... Irgendwas hätte ich jetzt öffnen müssen. Achso, die drängen die Automatik. Ach, ja klar, es war hier. Der Schalter ist hier vorne für die Tür. Nicht für diese... Dach schon. Fahrstühle. Oh, dann heißt es jetzt erstmal hier mit No... Mit No-Scope... Ach komm, körperlich. Alle weg? Na, passt. Das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch schon gut aus. Das ist schon gut. Laufen zwar nicht... Laufen! Ah ja, mach mal für die Bomben kaputt. Die Umwelt sind da. Ach man, komm doch. Du auch? Danke schön. Haben wir hier schon eine Kettensäge mittlerweile? Ja, haben wir. Gut. Das ist jetzt eher so optimal. Ah genau. Schade, der bringt jetzt die anderen um. Aber warum geht auch nicht? Das ist doch noch mal. So, du kommst noch weg, dann gehst du mit dem Ding jetzt mal in die andere Richtung. Weil da warst du nämlich auch noch schön, ne? Hier ist die Falle. Aufpassen, da sitzt du nicht rein. Sonst geht's Aua-Wee. So, und hier ist nämlich auch möglich. Mal kurz, dass ich mich ganz froh, dass ich die geruhen habe. Hier geht's nämlich Macking ab. Oh, und hier wird gleich die nächste Hut, das ist aber schön. Aufwaschung? Okay, finde ich ein bisschen traurig. Oh, oh! Das heißt doch immer so aus, oder haben die es überarbeitet? Oh, ich weiß nicht. Oh, ich muss mich beeilen. Denn mir geht's gleich quasi Zeitlos. Perfekt. Jawoll. So. Und, da hab ich doch schon den nächsten. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo ich jetzt wirklich hin soll. Das sieht doch mal gut aus, dann geht's mal hier weiter. Aha. Hier war ja die Tür. Oh ja! Oha! Erstmal schön alle Gegner anlocken. Umso effizienter kann man das hin benutzen. Das sah schon mal gut aus. Gibt's hier noch mehr? Hallo? Hier schon mal nicht? Du, das meinte hätte das auch schon fast abgelaufen. Ach du Kacke! Ähm... Oha! Oha! Oh Mann, er hat... Dankeschön! Oha! Ach, Energie! Oha! Ist ja nett! Guuuut! Aha! Oha! Oha, Alter! Diese Sandberge sind genau wie die Treppen. Da muss man aufpassen, weil im Moment, wo es weg abgeht, und man keine Haftung mehr hat, wenn man so schnell läuft. Schade ich, ich dachte, es ist ein Knopf. Oh ja! Oha! Man sieht durch die Gitterfahrt gar nichts. Aber ich weiss nicht zu wehren. Oha! 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 Na komm komm! Oha! So viel zu meiner schöne Rüstung. wow... Was ist denn hier allein? Gut, hier ist ein bisschen Ammonation, dann werde ich mal... Hallo? Kann ich nicht öffnen? Das ist ja Bullshit. Okay, gut, ich speichle erstmal. Und dann gucken wir mal, wie wird das aufbekommen. Und dann... Und... Und... Also schlüsselt sich schon mal keiner. Genau, das ist aus. Und... Hier ist nur der Blitz. Hm... Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Muss man hier rum? Das ist schon mal ein Secret. Woah. Nein. Oh oh, die werden sterben. Ja gut. Also ich habe keine Ahnung, wie ich heute komme. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn mal... Hallo? Nein. Nein. Ich habe nicht verlaufen. Okay. Ich habe immer noch verlaufen. Oh Gott. Achso. Hier war das Secret. Also müssen wir jetzt hier raus. Gut. Gut. So, dann nehmen wir sie jetzt mal kurz hoch. Oder nicht. Also doch, ich möchte hoch. Aber ich komme nicht hoch. Oh Alter. Ach komm, nö. Gut. So, holen wir mal hier weiter. Zurück. Mhm, ja. So. Ach, leck mich doch. Komm, 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 nein, da. So. So. Eins, zwei Geschirr. Sobald ich wieder mit Play von Extermination Day durch bin, werde ich normalgeschirr mit die Hucke gehen. Weil mit Doom for Doom, das ist hier eine echte Qual. Gerade was die Störung angeht, mit dem Spray-Hucke. So. Ein bisschen... Brauche ich's zwar nicht. Geht's auch nicht weiter. Sag mal, wo muss ich denn hier jetzt hin? Ich versteh's nicht. Hm. Ja, komm. Hast du Fallen gemacht? Ach so, jetzt steh ich wieder nach Berühr. Alright. Ach so, bitte. Tja, Hausmittags habe ich keine Ahnung. Was? Habe ich vorhin nicht versucht, direkt die Tür zu benutzen? Bin ich behindert? Oh, Alter. Okay, das war's. Aus Ende. Alter. Die Stelle hier, die war gerade richtig perfekt. Ich gehe hier rauf und durchs Runtergehen konnte ich nicht mehr bremsen, weil ich bin da geflogen im Moment. Und wollte dann einfach hier rauf und bin da aber hier auch wieder gerutscht. Deswegen bin ich schon dachte, ich bin da hinten in die Falle, weil wenn ich da hinten stehe und es muss da reinkommen, habe ich keinen Ausweg mehr. Ist schon alles ein bisschen typisch. Würde ich mal sagen. So. Achso, ja. Einmal ab durch die Tür. Mhm. Ah, hättest du wohl gerne. Oh. Oh. Ähm. Mhm. Oh, Alter. Ach. Oh, ernsthaft? Die Strebe ist im Weg. Jetzt ist die Strebe im Weg. Ist denn hier halt hier? Hm. Geht doch. Ah. Ich fick deine. Kann man hier auch Strebe ausbauen? Einfach so Minecraft-Style? Wo ist denn jetzt? Da. Na komm. Formst du? Oh mein, ich kriege hier gleich. Geht doch. So. Jetzt bin ich hier hoffentlich eigentlich immer für sicher. Man kann hier speichern. Ah. Das macht Sinn. Oha. Oha. Was soll das jetzt fahren? Oha. Nein. Boah, das ging eigentlich. So, was kommt jetzt noch? Oh. Äh, wo muss der jetzt hin? Ach da. Hä? Aber den... Wie viele Monster finden denn noch? Äh, ich kann's nicht lesen. Das ist ein bisschen nett. Auf dem Fall habe ich jetzt hier alles. Oh, komm mal nicht mehr durch. Na gut. Dann soll's das erstmal gewesen sein. Für diese Map. Ähm. Quick Save Overview. Ja. Tja, das ist immer. Ich bin immer, ob bei solchen Sachen beschäftigen wir meistens zum Unsicher. Aber gut. Dann wird mal drüber gehen. Bis gleich. Bis gleich.